Die Top 5 Küchenhelfer aus Holz, Präsentation und Bewertung Ich bin sehr zufrieden mit dem Fackelmann Küchenlöffel aus Buchenholz. Er ist von hoher Qualität, robust und langlebig. Besonders gefällt mir die natürliche Farbe und das schöne Design. Ich benutze ihn täglich zum Rühren und Mischen von Speisen sowie auch zum Geschmackstesten. Die Größe von 25 x 4,5 cm ist perfekt und liegt gut in der Hand. Ich kann den Löffel jedem empfehlen, der nach einem zuverlässigen und praktischen Küchenhelfer sucht. Ich bin absolut begeistert von dem Sofa 5er Kochlöffel Set aus 100% FSC Buchenholz. Die Löffel sind absolut hochwertig und nachhaltig hergestellt und lassen sich super in der Küche verwenden. Besonders praktisch finde ich den Kochlöffel mit Spitze und den extra tiefen Löffel, da man damit noch besser in Töpfen und Pfannen arbeiten kann. Die verschiedenen Längen der Löffel sind auch sehr praktisch, da man je nach Größe des Topfs den passenden Löffel nutzen kann. Ich kann das Set auf jeden Fall jedem weiterempfehlen, der in seiner Küche gerne auf umweltfreundliche Produkte setzt. Ich habe kürzlich das Owusi Holzlöffel S-Löffel Set gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die 5 Löffel im japanischen Stil haben einen langen Griff aus Nanu Holz, was sie sehr robust und langlebig macht. Die Löffel sind perfekt zum Essen, Mischen und Rühren beim Kochen. Die mitgelieferte Box macht es einfach, sie zu verstauen und zu transportieren. Ich bin auch beeindruckt von der Qualität des Produkts und finde es sehr stimmig im Design. Ich kann das Owusi Holzlöffel S-Löffel Set jedem empfehlen, der auf der Suche nach hochwertigen Küchenutensilien ist. Ich bin wirklich begeistert von diesem 13-teiligen Holz-Kochbesteck-Set. Es ist hochwertig und nachhaltig, was für mich sehr wichtig ist. Das Set enthält alles, was ich brauche, um in der Küche zu kochen und zu servieren. Der Halter mit Haken und Ablage ist sehr praktisch, um das Set ordentlich zu lagern. Die Qualität der Löffel, Spachtel und Pfannenwänder ist ausgezeichnet und sie sind angenehm in der Hand zu halten. Das Set ist nicht nur funktional, sondern auch ein schönes Dekorationsstück für meine Küche. Wirklich ein tolles Produkt. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf von Sofa-5-teiligen Küchenutensilien aus Kirschholz. Die Qualität ist hervorragend und ich schätze sehr, dass sie aus nachhaltigen Materialien hergestellt werden. Die verschiedenen Kochlöffel sind sehr praktisch und der Pfannenwänder mit Loch ist perfekt zum Wenden von Bratkartoffeln oder Spiegeleiern. Ich benutze sie jeden Tag beim Kochen und bin begeistert von diesen nachhaltigen Kochutensilien aus Europa. Ich kann sie jedem empfehlen, der sich um die Umwelt kümmert und hochwertige Küchenhelfer sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.